Juten Morgen! Hier ist der Levis Cars 12 und jetzt gehen wir mal schön zusammen mit dem Meer. Heute ist es wirklich super schön wellig. Heute ist es wirklich über 30 Grad. Mega warm Freunde, mega Hitze. Jetzt werde ich auch mal versuchen, mich ein bisschen abzufühlen. Ich versuche mal. Der Eingang ist ein bisschen kieselig, aber dann wird es richtig schön sandig, Freunde. Das Meer ist richtig kühl. Also wenn das Wetter warm, total heiß ist, ist das Meer kühl. Das kann ich euch sagen, Freunde. Gestern war es nicht so warm, da war das Meer angenehmer. Aber jetzt ist es richtig kühl. Umso besser, Freunde. Umso besser. Ja, Schampereien, Alter. Oh, richtig geil. Seht ihr, es ist wirklich sandig innen drin. Und da gibt es Jetski, Leute machen Bananaboats, Parasailing. Man kann alle Wassersportarten nutzen, Freunde. Boah, ist das warm, Freunde. Am liebsten würde ich untertauchen mit der Kamera, aber die Kamera ist leider nicht wasserdicht. Deshalb wird es schwierig mit dem Abtauchen. Hier sehen wir die schöne türkische Flagge, Freunde. Rot und Weiß, wunderschön. Und der Hintergrund Himmelblau. Schön. Das Meer ist echt schön, Freunde. Wir haben gerade so Mittagszeit, halb eins. Da ist natürlich am wärmsten. Vorfalle Hitze, Freunde. So Mitte Mai. Hier in Lara, Antalya. Durch den Strand. Aber das macht schon eine schöne Abkühlung. So sieht es im Meer aus. So schön feinsandig, Freunde. So, wieder zu meiner schönen Liege. Ja. Lecker. Da hat sich doch ein Vogel verewigt. Ich sehe doch, wo keine Vögel sind. Wo ist ein Vögel? Absolut keine Vögel. Aber dann hat es mein Handtuch gefunden. Super. Klasse. So. So. Da seht ihr jetzt. Bei der Hitze hätte ich echt keinen Bock auf Wassersport. So, Freunde. Na ja. Ihr wisst. Sowas hier bringt Glück. Gleichzeitig. Gleichzeitig. So. Also das war. Gleich gibt's Mitteressen. Und dann. Wir sehen uns. Bis demnächst. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.